Herzlich willkommen, lieber Zuschauer, zu einem Kommentarvideo Apologetik Absolut, ein Auslegungsfaschist, wie er seine Zuhörer manipuliert. Dies ist nun das zweite Video, was wir hier über Apologetik Absolut machen. Wir haben ja schon mal ein Video über ihn gemacht mit dem Namen Nature23 vs. Apologetik Absolut, das Gesetz Mose und Christi. Dieses Video, sozusagen das erste Video, falls es jemand noch nicht gesehen haben sollte, befindet sich auf dem YouTube-Channel Nature23 Investigation. Ja, wir schauen uns heute ein weiteres Video von Apologetik Absolut an, das er vor kurzem hochgeladen hat und werden es kommentieren. Hier geht es um das Thema in Bezug auf Jesus und den Vater in der Bibel, in Bezug auf Zeit, wie genau es aussah in der Präexistenz Jesu Christi vor seiner Menschwerdung, wenn es um den Zustand geht, den Status, wie auch immer. Das Video, das wir heute hier besprechen werden, nennt sich Vom Vater ausgegangen, ist gleich Vom Vater geboren, Fragezeichen, Jesus ist Gott. Ja, das ursprüngliche Video geht circa 15 Minuten. Ich habe es etwas runtergekürzt aus dem Grunde, da wir nicht auf alles so direkt eingehen müssen. Also ich habe hier keine Information vorenthalten, sondern mir geht es um den Kern der Sache. Dementsprechend schauen wir uns das Video jetzt mal an. Geht bei mir so circa 9 Minuten und die Aussagen von Apologetik. Legen wir los mit dem Video und ich werde es dann hin und wieder dann pausieren und euch die Gegebenheit mal aufzeigen. Wurde dir auch schon einmal gesagt, dass der Sohn doch aus dem Vater ausgegangen ist und dass das bedeuten würde, dass der Herr Jesus als der Sohn oder der Lobos irgendwann erst zu sein begonnen hat, weil er später erst aus dem Vater herausgewohnt wurde und nicht zum Beispiel so ewig sein kann, wie der Vater selbst, und ihm deswegen auch untergeordnet ist, er nicht gleichwertig ein- und derselbe Gott mit ihm sein kann. Man hat versucht, dich zu täuschen. Ja, das steht also im Raum. Der Schlusssatz hier von Apologetik. Man hat versucht, dich zu täuschen. Und da fängt die Manipulation schon an. Er stellt also diese Frage im Raum mit diesem Bezug auf aus dem Vater hervorgekommen, vom Vater ausgegangen, dass jetzt die Frage hier lautet, bedeutet das jetzt, dass es diese Zeit gab, wo Jesus im Vater selbst war, im Anfang, in der Ewigkeit zu Beginn und möchte jetzt anhand dieser Aussage, die er jetzt hier bespricht, von seiner Seite aus, ich würde es mal so nennen, versucht er es zu beweisen oder es als Tatsache hinzustellen, dass dem nicht so sein kann, dass Jesus aus dem Vater in der Ewigkeit geboren wurde. Weil in diesem Zusammenhang über das, was er jetzt hier spricht, den Wortlaut, den man in der Bibel auch vorfindet, es ja nicht explizit daher herauszulesen sei, dass dem so ist. Und dementsprechend es nicht möglich ist, dass Jesus aus dem Vater geboren wurde. Und das ist meines Erachtens etwas engstirnig oder naiv so an die Sache heranzugehen, sozusagen meines Erachtens mit dem Ziel, den Zuhörer zu manipulieren mit dieser Aussage. Es geht nicht, weil das der Wortlaut, das ja nicht allein hergibt, sondern es dort unterschiedliche Weisen gibt, wie man diese Aussage betrachten kann. Aber nur weil man etwas unterschiedlich betrachten kann, wie wir jetzt selber sehen, wie Apologetik absolut das selber zugibt, nimmt das das ja nicht vorweg, dass es nicht trotzdem auch heißen kann, dass der Sohn Jesus Christus aus dem Vater in der Ewigkeit als Geist geboren wurde. Und so steigen wir hier weiter ins Video ein. Hallo, liebe Freunde, lieber Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Josef von Apologetik absolut und heute wollen wir uns eine Frage zuwenden, die an mich herangetragen wurde. Hallo Josef, ich hätte da eine kleine Frage. Es geht mal wieder um die Gottheit Jesu. Ich hatte vor kurzem eine schriftliche Debatte mit einem Unitarier. Er widerlegte zwar keineswegs die Dreieinheit Gottes, aber er schrieb mir etwas, das mich ein wenig ins Grübeln brachte. Es geht um das Wort Ausgehen bzw. Ausgegangen sein. In deinen Debatten mit Christian Roland hast du erklärt, dass vom Vater ausgegangen sein sich auf die Sendung Jesu bezieht und nicht, dass Jesus aus dem Vater geboren wurde. Das schrieb ich ihm auf. Daraufhin erwiderte er, sie sagen, ausgegangen vom Vater bedeutet nicht geboren, sondern so viel wie gesandt. Nun sagt Jesus in Johannes 17, Vers 8, dass seine Jünger wahrhaftig erkannt haben, dass er vom Vater ausgegangen ist und der Vater ihn gesandt hat. Wenn beides dasselbe bedeutet, wieso macht Jesus eine Doppelaussage? Kennst du die Antwort? Ja, um das geht es. Hier ist es auch nochmal ein Gänsefüßchen angemerkt. Vom Vater ausgegangen sein oder jemand ist ausgegangen. Um diesen Wortlaut geht es, auf den sich hier Apologetik bezieht und daraus erklären möchte, seinen Zuhörern, dass, weil allein diese Aussage ja nicht unbedingt bedeuten muss, dass jetzt Jesus aus dem Vater hervorgekommen ist, sondern das Ausgegangensein auch eine andere Sicht aufzeigt, wo ich jetzt schon mal sage, das ist natürlich total zulässig, es aber letztendlich nicht bedeutet, dass jemand, der das glaubt und dieses Glaubenskonzept in der Frage, wie sah es am Anfang aus mit Vater und Sohn, das ist ja umstritten im Christentum, so haben sich viele Lehransätze und Gruppierungen entwickelt, die unterschiedlich diese ganzen Dinge betrachten. Als Beispiel wird ja erwähnt, die Dreieinheit Gottes, allein dieses Wort, wenn wir 1000 Christen fragen, glaubst du an die Dreieinheit Gottes oder die Dreieinigkeit Gottes, dann würden vielleicht unter 1000 Christen 999 sagen, ja, würde man aber sie darunter jetzt näher befragen. Auch das Thema, was wir jetzt hier besprechen, ja, würde sich herausstellen, dass jene, die an die sogenannte Dreieinigkeit Gottes glauben, unterschiedliche Ansätze haben im Kopf, wenn sie von sich aus erklären, was dies denn jetzt zu bedeuten habe. Und dementsprechend hier gibt es sozusagen nicht das eine Dreieinigkeitsmodell, sondern irgendeiner hat das definiert, ob die Kirchenväter oder auf irgendwelchen Konzilen, hat irgendeiner gesagt, so müssen wir das jetzt verstehen und so haben wir das für immer zu verstehen. Ja, und in den einzelnen Konfessionen des Christentums hat man sozusagen sich oft daran orientiert und hat daraus Ableitungen gemacht, die letztendlich auch unterschiedlich dargelegt werden. Denn die sind, wie gesagt, alle an sich nicht gleich. Ich persönlich glaube zum Beispiel auch an einen Dreieinigkeitsgottesmodell. Das kann man ruhig benutzen, das Wort. Aber wenn wir über die Definition des Ganzen reden, kommen sicherlich Unterschiede hervor, zu anderen Weisen diese Dinge zu sehen, obwohl jene auch, wie gesagt, an die Dreieinigkeit glauben. Also Frage 1000 Christen, 999 sagen, sie glauben an die Dreieinigkeit Gottes und selbst unter diesen 999 gibt es jetzt bestimmt fünf bis zehn unterschiedliche, grob gesagt, Ansichten über die Definition der Dreieinigkeit, obwohl sie alle sagen, sie glauben selbst daran. Und Apologetik versucht hier in diesem Video sozusagen mal wieder faschistisch vorzugehen in der Auslegung, ja, weil er natürlich nach außen hin sagt, so wie ich es verstehe, müsst ihr es auch glauben. Und wenn ihr mein Modell nicht annimmt, wie ich das aus der Bibel verstehe, dann seid ihr zum Beispiel nicht mal Christen oder nicht meine Glaubensbrüder. So gehen gewisse Christen auch im Internet vor. Er ist jetzt da keine Ausnahme. Es gibt viele solche in meinen Augen sektiererische Christen, die im Internet auftreten und einem das so wahr machen wollen. Wenn du ein gewisses Detail in meinem Verständnis über zum Beispiel Dreieinigkeit nicht auch so siehst wie ich, dann bist du schon kein Christ mehr. So auch hier, wie gesagt, Apologetik absolut, der auch diese Meinung unter anderem hier vertritt. Also um das geht es jetzt und die Aussage ausgegangen zu sein vom Vater. Heißt es jetzt letztendlich, dass Jesus geboren wurde aus dem Vater oder hat es einen anderen Bezug oder kann es zumindest einen anderen Bezug haben? Nun, so hat ihn da jetzt jemand angeschrieben, der jetzt hier ihn damit konfrontiert. Es handelt sich um einen synonymen Parallelismus. Was das ist, schauen wir uns gleich an. Vorher lesen wir uns den Vers einmal durchgefangen und ich fange in Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 7 an. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesund hast. Ja, wir wollen jetzt nicht auf die Definition von Apologetik hier eingehen, weil sie in meinen Augen uninteressant ist. Ja, auch wenn er damit recht zum Beispiel hat, was er da sagt. Hier geht es allein um die Aussage, wie ist dieser Vers zu verstehen, den er hier einblendet. Und jetzt hat er das Recht zu sagen, denn, ja, allein diese Aussage, von dir ausgegangen, kann er von sich aus behaupten, man kann ihn da auch überhaupt gar nicht widerlegen, indem er sagt, für mich bedeutet das, von dem Wortlaut, dass Jesus beim Vater war und er vom Vater kam, er wurde sozusagen ausgesandt vom Vater. Und dann würde ich sagen, wenn Apologetik mir das so sagt, das soll es bedeuten, dann sage ich ihm, ja, das ist völlig legitim, das so auszulegen. Jetzt ist die Frage, kann man diese Dinge auch anders auslegen? Und wenn jetzt zum Beispiel Apologetik absolut sagt, nein, das geht nicht, ihr müsst das so auslegen, wie ich das jetzt auslege, dann ist das halt Auslegungsfaschismus. Und dazu zählen viele Christen, die oftmals so vorgehen. Weil wenn jetzt jemand behaupten würde, wie derjenige, der ihn da angeschrieben hat, der da irgendwie mit einem, der da eine Idee im Kopf hat über diese Dinge, Dreieinigkeitsmodelle und sonst was alles und ihn damit konfrontiert, indem er sagt, guck mal, steht hier nicht von dir ausgegangen? Ja, kann es nicht bedeuten, dass es zum Beispiel auch heißen könnte, er ist aus Gott geboren oder er ist am Anfang aus Gott selbst hervorgegangen und nicht von ihm ausgegangen, bei ihm, sondern aus ihm selbst. Und da würde ich jetzt, wenn man mich fragt, sagen, ja, über die Auslegung ist es völlig legitim, das auch so zu sehen. Aber, so wie Apologetik oder auch andere Christen das jetzt deuten würden, haben sie auch recht mit dem, was sie sagen. Also wir haben hier zwei Auslegungen, die man nicht widerlegen kann, außer, wie sagt man, es ist ein Auslegungsfaschist und sagt von sich aus, nur meine Auslegungen stimmen, andere Auslegungen, die mit meiner nicht übereinstimmen, die sind einfach mal grundsätzlich falsch, obwohl man keine Beweise dafür hat. Das griechische Wort dort, Exerchomei, kann tatsächlich aus etwas hinausgehen bedeuten, wie etwa Worte aus dem Mund. Er sagt selbst jetzt, es kann es bedeuten, es geht aus jemandem hervor, es kann es bedeuten, also hier gibt er die Option noch, es kann, aber später, wie wir sehen, sagt er, das geht aber nicht, dass man das an der Stelle auch annehmen könnte, ja, dass hier aus dem Vater selbst etwas hervorkommt und nicht nur, was bei ihm schon ist, ausgeht, was ja in diesen zwei Optionen möglich wäre. Und auch Kraft, die vom Herrn Jesus ausgegangen ist und zum Beispiel die blutflüssige Frau gehalten wurde, die Stelle schauen wir uns gleich an, aber von jemandem ausgehen heißt nicht, aus ihm heraus zu gehen, von ihm heraus. Und hier sagt er, es geht nicht, dass man es so auslegen kann und da ist nämlich Apologetik auch sein Problem, das, was er dort behauptet in seinem Auslegungsfaschismus zu dieser Sache hier, ja, kann er nicht beweisen. Er kann nur über Manipulation und Leugnung, dass man es nicht anders sehen kann, um sein Modell, das in seinem Kopf schwebt, nicht anzugreifen und es als Fakt hinzustellen, was es nun mal nicht ist, weil er es nicht beweisen kann und wie gesagt, andere Auslegungen, die sehr wohl Fundamente, wie wir noch sehen werden im Video, ja auch in der Bibel haben, ist ja nicht so, als würden sich die Leute das ausdenken und sagen, ja, ich stelle mir das so vor, dass Jesus irgendwann mal am Vater war und aus dem Vater geboren wurde, dann bei Gott war, dann auch, erst war er im Gott, dann bei Gott, ja, da ist ja nicht so, wie gesagt, es gäbe es keine Hinweise dafür, aber auch hier werden wir sehen, dass Apologetik vermutlich zukünftig genau wieder das macht und zwar Auslegungsfaschismus, in dem er sagt, nein, man kann das nicht so auslegen, wie zum Beispiel ich es jetzt hier mache, obwohl er keine Beweise dafür hat, dass man es nicht so auslegen kann, also der Stoff in der Bibel ist dafür natürlich da, wir kommen auch heute noch dazu. Und so werden, wir sehen hier zum Beispiel im Prolog des Johannes-Evangeliums, Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Kein Problem. Hier wird vom Anfang geredet, nicht von einem Anfang, sondern es wird im Anfang gesagt. Ja, das im Altgriechischen her, ich habe Johannes auch schon übersetzt, ich übersetze ja das Neu-Test damit aus dem Altgriechischen, es ist völlig legitim zu übersetzen im Anfang, was theoretisch auch noch möglich wäre, was der Grundtext hergebe, auch zu sagen am Anfang, aber ich störe mich da nicht dran, ob da nun im Anfang steht oder am Anfang, mehr Spielraum gäbe es hier eigentlich nicht. Das ist schwierig, wenn etwas an den Anfang nimmt, dann setzt das bereits Zeit voraus. Aber hier handelt es sich um die Schöpfung von allem, also auch von der Zeit, vom Traum, von der Materie, von jedem Ding. Ja, um die Schöpfung geht es, da hat man natürlich recht, wenn man sagt, es gibt einen Anfang, einen Anfang, der den Bezug hat, dass hier der Schöpfungszeitpunkt beginnt, wo also beispielshaft die Erde, der Himmel geschaffen wird, die Engel geschaffen werden, die Menschen geschaffen werden, die Tiere geschaffen werden. Das geschieht erst an diesem Anfangspunkt, den Gott bestimmt hat, um jetzt etwas zu erschaffen. Ja, über diese Dinge beispielsweise, die ich gerade gesagt habe, Erde, Himmel und die Geschöpfe im Himmel und die Geschöpfe auf der Erde, die jetzt geschaffen werden. Und das kann man sagen, das beginnt, sobald wir von dem Anfang sprechen. Ja, aber die Interpretation, was es bedeutet, im Anfang, ja, da gibt es Spielraum, wie wir später noch sehen werden. Und in Jesus heißt es, dass in Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden, also alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe, ohne ihn als den Sohn, das Wort, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Hier wird klar und deutlich, dass auch durch Jesus, wie es die Bibel ja auch belegt, alles ist durch das Wort, das Wort hier generell, ist völlig legitim, auf den Sohn Gottes Jesus in seiner Präexistenz anzuwenden, dass alles durch ihn selbst entstanden ist. Also heißt in dem Ausdruck, Jesus selbst hat Erde, Himmel erschaffen, die Engel erschaffen, die Tiere erschaffen, den Menschen erschaffen. Ja, das sagt die Bibel an mehreren Stellen, nicht nur Julian Johannes, ziemlich deutlich. Das sagt aber noch nichts über den Ursprung, den Zustand, der Ort, wie man es immer alles bezeichnen möchte, vom Sohn Gottes aus. Das sagt es nicht in dem Fall, sondern hier geht es um die Schöpfung, die Dinge zu erschaffen, die aus, man könnte sagen, aus dem Nichts erschaffen werden, Dinge wie Himmel, Erde, die Menschen, die Tiere, also aus dem Nichts etwas, ein Material zu erschaffen, aus dem diese Dinge werden, zumindest die irdischen Dinge, Erde, Tiere, Menschen. Dann haben wir aber auch noch die Dinge, die im Himmel sind, die unsichtbaren Dinge, wie zum Beispiel die Engel, die werden aber auch erschaffen, aus was auch immer, aus Geist. Die Bibel berichtet das nicht im Detail, wie Engel erschaffen werden in dem Prozess. Wir sehen es nur in dem Bereich, dass zum Beispiel der Mensch aus Erde erschaffen wurde und die Tiere auch, aber wie gesagt, wie die geistige Welt an sich erschaffen wird. Man könnte zum Beispiel behaupten oder zumindest es versuchen zu erklären, zu sagen, dass Gott durch seinen Sohn Jesus Christus einen Engel aus dem Nichts erschaffen hat. Aus dem Nichts. Ja, aber auch hier könnte man sagen, das steht nicht in der Bibel drin, aber es besteht diese Möglichkeit. Als Beispiel, wenn in der Bibel es heißt, dass Gott den Menschen aus Erde erschaffen hat, ja, so könnte es auch eine Urquelle geben, die Gott durch seinen Sohn erschaffen hat. Ich nehme mal jetzt nur ein Beispiel, das heißt nicht, dass es so ist, dass Gott durch seinen Sohn eine Lichtquelle schafft, ja, die wir einfach mal als Licht bezeichnen oder Lichtquelle. Und aus dieser Lichtquelle erschafft jetzt Jesus die Engel. Aus dieser Urquelle. Das wäre an sich auch möglich, aus einer Quelle sich zu bedienen, aus Licht, ja, oder aus Erde, aber auch in der Hypothese zu meinen, dass aus dem Nichts auch man etwas erschaffen kann, zum Beispiel einen Engel. Auch das wäre theoretisch möglich, aber wie gesagt, über die geistige Welt wissen wir das nicht, wie zum Beispiel Engel erschaffen wurden. durch den Sohn Jesus Christus. Also alles, was überhaupt Entstehung hat, das seinen Anfang genommen hat, ist durch den Jesus geworden. Das nimmt ihn selbstverständlich aus dieser Kategorie heraus. Das stimmt. Er ist selbst davon nicht betroffen, weil die Bibel sagt ja auch nicht, dass Jesus erschaffen wurde. nur so wie das gleiche Beispiel. Gott sagt, ich erschaffe aus dem Nichts Jesus Christus. Diesen Bericht gibt es nicht in der Bibel. Oder das gleiche auch wieder wie der Hypothese eines Engels, dass es heißt, Gott schuf ein Licht und aus diesem Licht erschuf Gott Jesus. Auch diesen Bericht gibt es nicht. Damit hat Apologetik völlig recht, wenn er sagt, es kann nicht sein, dass etwas erschaffen wurde aus einer Quelle wie Licht oder Erde oder aus dem Nichts, das jenes es gegeben hätte vor Jesus, seine Wertung oder seines Daseins. Das berichtet die Bibel wirklich nicht. Aber die Frage ist, was berichtet denn die Bibel ansatzweise in einer legitimen Auslegung, außer für Auslegungsfaschisten, die lassen so eine Dinge zumeist nicht zu, wie die Geschichte über Jesus in der Präexistenz erzählt wird. Und da haben wir Ansätze und da wird nichts darüber gelehrt, zum Beispiel, dass Jesus erschaffen wurde aus dem Nichts oder erschaffen wurde aus Licht oder erschaffen wurde aus Erde, sowieso nicht aus der Materie. Die entstand ja erst, die Materie durch Jesus selbst. Ohne, dass Jesus der Sohn Gottes in der Präexistenz erschaffen wurde. Gott sagte, wie gesagt, aus dem Licht soll Jesus erstehen oder aus dem Nichts soll Jesus erstehen, aus dem Nichts sollen Erde und Himmel erstehen. Das könnte man, das könnte funktionieren, aber das wissen wir auch nicht. Gibt es eine Urquelle des Himmels und der Erde, wie bei den Engeln, das wissen wir nicht. Da kann man sich nur daran bedienen, es war eine Quelle, die Gott zuvor geschaffen hat, aus denen Dinge hat er Erde und Himmel gemacht oder eins von beiden oder aus dem Nichts hat er Erde und Himmel gemacht. Das ist wahrscheinlich eher am wahrscheinlichsten. Aus dem Nichts wurde die materielle Welt und der geistige Himmel gebaut aus dem Nichts. Gott sagt einfach, es soll sein und es wird. Und das, wie gesagt, ganz klar kann man nicht behaupten und das tun einige Christen, die sagen, also in unterschiedlichen Lehransätzen in Konfession, dass Jesus auch erschaffen wurde. Gott spricht und jetzt soll Jesus aus dem Nichts einfach da sein. Bumm, er ist da. So etwas lehrt die Bibel nicht. Aber was lehrt die Bibel ansatzweise über den Ursprung von dem Sohn Gottes? Dazu schauen wir mal hier weiter hinein. Er selbst kann nicht entstanden sein, weil alles, was entstanden ist, durch ihn entstanden ist. Und im Anfang, wie gesagt, ein Anfang besetzt bereits die Existenz von Zeit voraus. Erst wenn Zeit da ist, kann etwas einen Anfang nehmen. Merkt euch das? Er sagt ja das Spezielle jetzt die Zeit, die er mit einbringt, dass sozusagen seitdem es biblisch gesehen Zeit gibt, ab diesem Zeitpunkt kann man nicht davon ausgehen, dass ab dann Jesus entstanden ist, geschaffen wurde, sondern vor diesem Zeitpunkt muss der Sohn Gottes in irgendeiner Weise schon da gewesen sein. Das würde man aber aus diesen ganzen Bereichen Johannes nicht herauslesen können, wie es darum steht. Aber Apologetik versucht den Zuhörer schon zu manipulieren, indem er auch durch dieses Video, was er gemacht hat, der Eindruck schon mal als Vorbereitung entstehen soll. Achtung, Achtung, da gibt es Christen, die glauben, ein gewisses Modell, wofür sie auch Ansatzpunkte in der Bibel finden. Aber ich werde euch jetzt damit nicht konfrontieren, lieber diese Information zurückhalten, in der Hoffnung, diese Christen, die Apologetik zuschauen, beschäftigen sich nicht damit und schauen sich das mal an und denken das mal nach, sondern hier wird schon im Vorfeld ein Riegel versucht, vor die Augen der Christen zu bringen, damit sie sozusagen für zukünftige Videos zum Thema schon mal etwas vorprogrammiert sind, mit den Aussagen, das geht nicht und es funktioniert nicht und schaut mal hier, ich bringe euch jetzt Beweise, dass das nicht geht. So versucht er dieses Video aufzubauen, unter anderem ein Grund, warum ich mich überhaupt entschlossen habe, auf dieses Video zu reagieren, weil wie gesagt, aus taktischen Gründen der Apologetik das natürlich macht, wegen zukünftigen Ereignissen, die er genau weiß, die vor ihm stehen, zum Beispiel weiß er, dass ich darüber ein Video mal machen werde in der Zukunft und er jetzt schon so ein bisschen Vorkehrung treffen muss, dieses, er weiß ganz genau, wenn dieser Nature dieses Video rausbringt, dann wird er Leute, die mir nachfolgen und andere Christen da draußen, die ähnlich zur Apologetik stehen, auf jeden Fall irgendwie zum Nachdenken anregen, vielleicht auch überzeugen können und da muss ich auf jeden Fall was jetzt vorher unternehmen, damit dies nicht geschieht und ich versuche es, indem ich euch schon mal darauf indirekt vorbereite, was der Nature unter anderem vorhat und versuche durch so ein Video euch schon mal aufzuzeigen, dass das gar nicht gegen kann, was er denn zum Beispiel denn da auch drüber sagen wird, aber ich sage mir, das ist natürlich eher so ein Mittel, wo ich sage, der Apologi, du musst noch ein bisschen mitdenken, er muss doch sehen, dass mir so eine Videos hier nicht entgehen und er muss natürlich hoffen, hoffentlich reagiert nicht Nature auf dieses Video, sondern macht irgendwann mal sein Video zum Thema direkt und dann habe ich ihn schon zumindest mal mit einem Vorvideo zumindest meine Zuhörer in diesen Zustand gebracht, dass sie schon etwas kritischer dieser Aussage zumindest voreingestellt sind, weil ich sie schon vorbereitet habe mit einem Video und ich glaube nicht, dass das funktioniert, also von der Taktik hätte es funktioniert, wenn ich nicht auf dieses Video hier reagiere, aber das war denn doch meines Erachtens ein Schuss ins eigene Knie. Aber wie drückt man das jetzt aus, wenn man sagen möchte, dass wirklich alles, selbst die Zeit, die irgendwann entstand, auch das ist ein bisschen widersprüchlich, weil das wieder einen Zeitpunkt voraussetzt, an dem die Zeit entstanden sein soll und das ist ein Ding der Möglichkeit, darum wählt man hier im Anfang war das Wort, nicht am Anfang, sondern im Anfang war das Wort, also egal wie weit du zurückgehst in der Zeit, egal wie weit du nach hinten drückst und schaust und tust, wenn du versuchst an den äußersten Punkt zu kommen, da war das Wort, nicht es wurde, es war und es es war das Wort, das ist natürlich die Problematik, die der Bibelleser selbst hat, wenn er sich mit diesen Worten auseinandersetzt, was kann das in der Interpretation bedeuten, dieses Wort im Anfang war das Wort, was hindeuten würde, das ist völlig legitim, was ja Apologetik macht, er sagt, wir müssen ja irgendwann mal an einem Startzeitpunkt gehen und der frühste Zeitpunkt, den man in der Bibel selbst finden würde, wäre der Zeitpunkt, bevor Erde, Himmel, Engel zum Beispiel erschaffen wurden, da gab es also nur Gott allein, sonst nichts, weder im Himmel noch auf der Erde, weil die Erde ja auch noch nicht mal da war, sonst gab es nicht, dieses ist der erste Zeitpunkt, den wir menschlich in unseren Gedanken uns vorstellen können, wenn wir uns zum Beispiel die Frage stellen, wie war das in dieser Zeit oder in diesem Sein, als Gott war und sonst nichts, hatte das ein Zeitgefühl oder nicht, in der Dimension Gottes, das sind so Dinge, darüber würden sich heute viele Quantentheologen darüber Ideen bereiten im Kopf, wie dieser Zustand wohl war, weil es gab ja noch nicht die Materie, die sichtbare Materie, wie würden sie jetzt menschlich her betrachten, die Physik gab es nicht, diese physikalischen Gesetze in der materiellen Welt, die waren ja alles nicht vorhanden, deswegen fällt es Menschen auch ziemlich schwer, darüber zu reden. So, wir haben jetzt die Hälfte des Videos hier mal angeschaut und jetzt werde ich euch mal mit Bibelfersen konfrontieren, die Apologetik nicht so gerne bringt und nicht so gerne darüber redet und wenn er darüber reden würde, müsste er wieder mit Auslegungsfaschismus arbeiten, er würde es auf jeden Fall machen und er würde sagen, Achtung, nur so und so kann man es deuten und nicht anders. Und das ist halt das Gefährliche beim Auslegungsfaschismus, dass man, wenn man solchen Leuten begegnet, die sozusagen den Spielraum der Auslegungsmöglichkeiten nicht zulassen oder zulassen wollen, dann wird es gefährlich, dann wird es sektierisch und wie gesagt, meines Erachtens hat Apologetik absolut auf jeden Fall sektierische Züge in seinen Lehren, die ich schon rausgehört habe in der Vergangenheit, der ist jetzt auch nicht erst seit gestern dabei. So, wir haben mal ein paar Bilder vorbereitet, hier wie gesagt, ist das Video noch zu finden, hier der erste Teil, den ich über Apologetik gemacht habe, wo es um das Gesetz Mose und das Gesetz Christi geht, sehr ausführlich habe ich darüber geredet, sozusagen Apologetik absolut widerlegt mit seinen Aussagen über dieses Thema, kann sich da, wie sagt jeder auf dem Kanal Nature23 Investigation anschauen. So, wir gucken uns jetzt mal den Bibelfers hier an, den wir vorfinden, Sprüche Kapitel 8, hier aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Ja, da beginnt der Vers 1 mit, ruft nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme vernehmen. Hier wird oftmals sich bezogen, ich sag mal, im Judentum, dass sie zum Beispiel sagen, weil es viele Christen gibt, die sich hier auf Jesus beziehen, dass es irgendwie hier um Jesus geht in Sprüche Kapitel 8, da gibt es eine ganze Menge Christen, die das von sich aus zumindest auslegen und Juden gefällt das ja nicht, die sagen ja, nein, 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 das kann nicht sein, dass es hier um Jesus geht, weil für uns ist Jesus nicht der Messias und dementsprechend, schaut doch mal, liebe Christen, die Juden sagen das, wie gesagt, hier geht es doch gar nicht um Jesus, sondern um die Weisheit, also wie könnt ihr sagen, dass es um Jesus geht, hier steht doch eindeutig, hier geht es um die Weisheit, jetzt würde man ja beim Leser sagen, ja gut, das steht da, ne, Weisheit, ja, aber wer sagt denn, dass es nicht trotzdem hier um Jesus geht und wenn es dazu Auslegungen gibt, die ziemlich deutlich sind, dass es hier um Jesus geht, wer will denn dann noch das Gegenteil behaupten, außer wie gesagt, Auslegungsfaschisten, indem sie sagen, nein, das kann nicht sein, hier geht es eindeutig nur um die Weisheit und um nichts anderes, das werde ich euch natürlich mit meinen Belegen später noch aufzeigen und ab Vers 22 geht diese Sache los, dieser Ursprung, zu dem wir zurückkehren wollen in der Frage, wie steht es mit Jesus selbst und wie gesagt, viele Christen gehen davon aus, dass diese Verse von Vers 22 bis 31 im Zusammenhang mindestens mit Jesus bestehen, nicht jeder Christ sagt, der sagt Sprüche 8 hat was mit Jesus zu tun, dass es direkt um Jesus geht, aber es gibt diese Ansätze und ich selber gehöre zu denen, die das hier so auslegen, Sprüche Kapitel 8, dass es hier um Jesus geht, der Vers beginnt hier mit Vers 22, der Herr, also Jahwe, der Gottesname, der hier steht, besaß mich am Anfang seines Weges, das ist so ein Ausspruch, wir jetzt sagen, ganz weit zurückspulen, als es nur Gott gab, nur Gott, sonst nichts, das ist der Anfang seines Weges, so könnte man das jetzt auch hier zumindest benennen, um dafür ein Wort zu finden und hier heißt es schon, also Jahwe besaß mich am Anfang und wenn wir davon ausgehen, dass wie gesagt mit der Weisheit Jesus Christus gemeint ist, wofür es auch noch Belege später gibt, die an sich vorhanden sind, wie gesagt, das saugt sich der Nature nicht aus den Fingern und die anderen Christen auch nicht in der Welt, die hier die Zusammenhänge selber erkennen, also sozusagen, der Vater besaß mich, den Sohn, Jahwe besitzt Jahwe am Anfang seines Weges, also da ist er schon da, ja, zu diesem Zeitpunkt und jetzt geht es noch weiter, er, er etwas machte, vor aller Zeit, deswegen sagt ihr, merkt euch das, bei Apologetik sagte das ja vorhin ja auch, dass es bevor es die Zeit gab, so wie wir sie kennen, ja, wie wir sie betiteln wollen, Sekunden, Stunde, Minute und so, das gab, es gab eine Zeit, wo es so etwas nicht gab, ja, und deswegen wird es hier benannt, vor aller Zeit, also bevor es die Zeit gab, bevor er etwas machte, war schon Jesus da, ja, der Herr besaß mich, in Klammern Jesus, am Anfang seines Weges, Vers 23, ich war eingesetzt von Ewigkeit her, es gibt auch Übersetzungen hier auch im Judentum, die übersetzen das auch, ich war gesalbt von Ewigkeit her, also ich war schon in einer Position eingesetzt worden, wir würden natürlich heute sagen, in diesem Bereich als Sohn Gottes, als Priester der Weise Melchisedek, auch das ließe sich hineindeuten, was ja von Ewigkeit dieses Priestertum beinhaltet, ja, oder auch als Schöpfer der Dinge eingesetzt, wir haben hier viele, viele Dinge, die wir auch dem Messias Bereich, dieses Erlösungswerk, was mal kommen soll, im späteren Schöpfungswerk, die Konsequenzen, die daraus ergibt, den freien Willen in die Welt zu bringen, auch das, wie gesagt, alles schon von Ewigkeit her eingesetzt, alle Ämter, die der Sohn Gottes ausführen soll, ab nun in der Präexistenz als göttliches Wesen, oder später in der kurzen Zeit der Menschwerdung, 31 bis 33 Jahre auf Erden, und dann wieder zurück ins göttliche Wesen, in den Ursprung, den er auch vorher hatte, und hier geht es um eingesetzt von Ewigkeit her, also nicht am Anfang, als die Zeit anfängt zu ticken, sondern auch hier schon von der Ewigkeit her war ich eingesetzt, vor dem Anfang, dass man auch hier symbolisch sagen kann, es gab eine Zeit, vor dem Anfang, die jetzt betitelt wird, würde ich es jetzt mal nennen, das ist die Ewigkeit, ja, wo es selbst nichts gab, was geschaffen wurde, oder auch keine Quelle, die geschaffen wurde, aus der man geschöpft hat, das würde ich als die Ewigkeit selber betiteln, ja, so, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde, wird hier über Jesus meines Erachtens gesprochen, Vers 24, und da wird es denn schon gegenüber Apologetik, absolut seinem Modell kritisch, ja, als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, und das ist halt ein Unterschied, als etwas zu erschaffen, als jemand zu gebären, Gottes Geist, Gott kann als Geist gebären, und zwar das, was er selber ist, Geist, einen Geist, seinen Sohn aus sich selbst hervor geboren, was im Ursprung heißt, dass Jesus vor der Geburt im Vater war, er war schon da, aber im Vater, er war in der Ewigkeit da, mit dem Vater, aber im Vater, und dann in der Ewigkeit selbst wurde, man müsste es so nennen, oder zumindest zum Anfang, also sozusagen der Knackpunkt, bevor der Anfang beginnt, ja, wo wir darüber reden, das Geschaffen anfängt, etwas zu erschaffen, zu diesem Zeitpunkt könnte man spätestens zumindest ansetzen, auch wenn wir das in unserem Kopf nicht begreifen können, wenn wir über Ewigkeiten sprechen, ja, dass hier Jesus geboren wurde, aus Gott selbst geboren, das ist vor Gott kein Problem, es gibt Tiere auf dieser Erde, die können wir sehen, die aus sich selbst heraus gebären können, bei den Menschen und bei vielen Tieren der Masse geht es nicht, da braucht es immer einen Partner, Mann und Frau, ja, auch bei dem, in der Pflanzenwelt gibt es sozusagen entweder, immer Weibchen und Männchen, aber auch dort gibt es die Möglichkeit, also in der Tierwelt und in der Pflanzenwelt, lässt es sich beobachten, dass aus sich selbst man gebären kann, ohne einen weiblichen Part haben zu müssen, immer nur so als Beispiel, in der Pflanzenwelt zeigt uns Gott schon dieses Modell, dass es das gibt, dass es nicht unbedingt einen zweiten, eine zweite Blüte braucht, oder ein zweites Tier von Männchen oder Weibchen, nachdem was man selber ist, um hier Nachkommen oder mehrere Samen wieder hervorzubringen, aus denen wieder Früchte hervorgehen können, oder wie gesagt, neue Tierarten, ja, da gibt es halt beides, in der Natur selbst zu beobachten, diese Dinge, und Gott selbst kann das auch, er braucht jetzt keinen weiblichen Geist, mit dem er einen Geist zeugt, und dann der weibliche Geist, denn Jesus gebiert, das braucht Gott nicht, ja, sondern Gott kann aus sich selbst heraus, also der allmächtige Vater als Geist, kann aus sich selbst heraus gebären, und das tut er, indem er seinen Sohn in der Ewigkeit hervorbringt, geboren ist er, und Jesus war vorher im Vater, in welcher Form, darüber lässt sich jetzt wieder nur philosophieren und spekulieren, das brauche ich nicht, ich selbst war auch mal an dem Hoden Sack meines Vaters, bevor er mich gezeugt hat, und ich muss mir jetzt auch keine Gedanken machen, ja, wie war das damals, als Samenzelle, hatte die ein Bewusstsein, oder nicht, ja, in diesem Punkt, ich muss das, ich mache das jetzt schon mal nicht als Mensch, und deswegen sollten wir uns darüber auch nicht die Gedanken machen, wenn es so ist, dass Jesus als Geist zuerst im Vater war, bevor sein Vater ihn geboren hat, in der Ewigkeit, uns die Gedanken darüber zu machen, wie war das denn für Jesus in der Ewigkeit, als er im Vater war, gab es ein Bewusstsein, gab es kein Bewusstsein, ich muss mich damit selber nicht beschäftigen, weil die Bibel nicht klar über diese Dinge redet, aber zu sagen, wie Apologetik, nein, das geht nicht, das darf es nicht geben, weil es nicht in meinem Konzept, meines Planes, oder meiner Ideen passt, wie ich mir das vorstelle, in Bezug auf Jesus, und seinem Vater, ja, letztendlich kann man das zwar sagen, und Apologetik macht das, aber er hat keine Beweise dafür, wenn er sagt, das geht nicht, und es darf nicht so sein, und auch jetzt hier Sprüche achten, nein, das darf man nicht auf Jesus beziehen, wie gesagt, dann sind wir wieder beim Auslegungsfaschismus angekommen, wir machen weiter mit Vers 25, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln, wurde ich geboren, nicht geschaffen, nicht aus dem Nichts geschaffen, und auch nicht aus einer Quelle geschaffen, sondern aus sich selbst geboren, Gott ist da, alles was in Gott ist, kann auch Gott hervorbringen, aber dann war es schon da, in dem Vater, wenn aber Gott etwas erschafft, wie die Engel, dann waren die Engel nicht zuvor in ihm drin, oder die Engel waren auch nicht zuvor in Jesus drin, und dass er die jetzt hervorbringt, nein, er schafft entweder eine Quelle, aus der er die Engel macht, oder er sagt einfach aus dem Nichts, jetzt ich spreche, und es entsteht zum Beispiel ein Engel, und davon eine ganze Menge, es gibt ja viele Engel im Himmel, die wurden ja auch eines Tages mal in der Vergangenheit, irgendwann mal, am Anfang würden wir wieder sagen, geschaffen, und zwar von Jesus, der Vater hat durch seinen Sohn Jesus Christus, wie wir auch deutlich in der Bibel lesen können, die Engel erschaffen, Vers 26, als er die Erde noch nicht gemacht hatte, und die Fluren, die ganze Summe des Erdenstaubes, als er den Himmel gegründete, war ich dabei, ja, war ich dabei, als er einen Kreis abmaß, auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolkendrom befestigte, und Festigkeit gab, den Quellen der Meerestiefe, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit die Wasser seinen Befehlen nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, ja, der Werkmeister, manche übersetzen auch Baumeister, also er ist der Handwerker, das war er ja auf Erden ja auch, ein Baumeister, würde man das übersetzen, das griechische Wort Tischler an sich, oder ist vielleicht eine Kategorie davon, aber er war an sich einmal ein Baumeister, ein Architekt, der auch handwerklich die Dinge, die er plant, auch bauen kann, und das war hier auch der Sohn Gottes zu der Zeit, ja, er war zu sagen, der, der, der die Dinge ausgeübt hat, sein Vater hat ihm sozusagen den Auftrag gegeben, du machst das, und der Sohn hat es an sich denn bewerkstelligt, er hat den Himmel erschaffen, die Engel erschaffen, die Erde erschaffen, die Tiere, die Pflanzen, die Menschen erschaffen, er war der Werkmeister bei Gott, der dieses alles durchgeführt hat, das steht ja auch in der Bibel drinnen, im Neuen Testament, ziemlich deutlich, und da kann man nicht sagen, nein, da gibt es gar keine Parallelen zu Sprüche, Kapitel 8, nein, auf jeden Fall geht es hier nicht um Jesus, nein, das kann nicht sein, wie gesagt, und so behaupten es einige jetzt, nicht nur Apologetik absolut, sondern alle diese Leute, die einiges Konzept im Kopf haben, ne, diese Art Definition über Dreieinigkeit, und so wie ich es allein denke, ist es richtig, und jeder, der davon abweicht, der ist halt kein Christ, oder hat er die Wahrheit nicht verstanden, so reden Sektierer, so reden Auslegungsfaschisten, Vers 30, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne, und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit, ich freute mich auf seinem Erdenkreis, und hatte meine Wonne an den Menschenkindern, ja, auch hier, natürlich hat Jesus ja zu tun gehabt, mit Adam und Eva, ja, Adam und Eva haben Jesus gesehen, hat denn Adam und Eva auch Gott, hat den Vater gesehen, ne, ein Mensch hat doch nie den Vater gesehen, ne, und da geht das ganze Konzept los, in Bezug auf, wer war denn eigentlich da im Garten Eden, mit Adam und Eva, war das jetzt Gott Vater, oder war es der Gott der Sohn, ne, beide bekommen hier in der Bibel den Namen Yahweh, da kommt ja oft mal diese Verse vor, wo von zwei Yahwehs gesprochen wird, wo man deutlich auch auslegen kann, dass es hier einmal um den Sohn geht, und einmal um den Vater, so versteckt als Botschaft in der Bibel, wo es Juden gibt, wo es auch Christen gibt, die sagen, nein, nein, das darf man nicht so auslegen, warum, ja, weil wir Auslegungsfaschisten sind, deswegen dürft ihr das nicht so auslegen, ne, wenn es um so eine Aussage geht, lasst uns Menschen machen, nein, da geht es nicht um Jesus, nein, da geht es nur um den Vater, Plural, Majestatis, und was auch immer man denn da für Auslegungen hat, das sind ja alles Auslegungen, da sagt man ja, ja, das kann man so auslegen, aber wer sagt denn nicht, dass man es auch anders auslegen kann, dass es da doch zum Beispiel um den Vater und den Sohn geht, wenn es heißt, lass uns Menschen machen, ne, also auch der Jude, der zum Beispiel sagt, jetzt nicht alle, aber ein Jude, der sagt, nein, da geht es auf keinen Fall um Jesus, wenn es heißt, lass uns Menschen machen, auch jener ist ein Auslegungsfaschist, weil der Text es ja hergibt, es so auszulegen, und deswegen jetzt jemand zu sagen, du bist in die Irre gegangen, weil du meiner Auslegung nicht folgst, obwohl man deine Auslegung nicht widerlegen kann, nur mit Philosophie und Behauptungen, die man aus, wo man aber keinen Spielraum aus der Bibel hat, sondern seine einen Gedanken, die man damit einflucht, um aufzuzeigen, du irrst dich, du bist falsch, du bist kein Christ, du bist kein Gläubiger, ja, wie ein Jude zum Beispiel mit jemandem reden würde, der aus solchen Gesinnungen kommt, oder zum Beispiel Apologetik, absolut, so, Sprüche Kapitel 8, jetzt gucken wir doch mal, ne, wie es denn so aussieht, hier mit dem Wort, die Weisheit, ne, wenn Jesus Christus, die personifizierte Weisheit ist, dann musst du aber auch ein paar Belege vorlegen, okay, das versuche ich jetzt, indem ich sage, ich ziehe mir das nicht aus den Fingern, dass die Weisheit selber hier auch Jesus selber ist, so als versteckte Botschaft, davon haben wir ja viel in der Bibel, indem wir uns einfach mal Bibelstellen anschauen, kommen wir erst zu Kolosser 1, ja, wo es heißt, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, wo man auch über die Auslegung auf jeden Fall schon, die Geburt in der Ewigkeit ansetzen kann, ja, nicht nur in der Auslegung sagen kann, hier geht es um den Erstgeborenen, der auf der Erde geboren wurde oder so, hier ist es völlig legitim zu sagen, wenn es um den Erstgeborenen geht, dass es aus Gott selbst der Erstgeborene ist, ja, der über aller Schöpfung ist, ne, haben wir schon gedeutet, dass Jesus vor der Schöpfung da war und dementsprechend ist er auch vor der Schöpfung, vor allem wenn er, ja, die alles erschaffen hat, was in der Schöpfung vorhanden ist, Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, ne, Sprüche 8, er ist der Baumeister, durch ihn ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, das können jetzt irdische Dienstposten sein, es können aber auch himmlische Dienstposten sein und diejenigen, die jene bekleiden und dann heißt es ja im Abschluss, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, also jemand, der, es gibt ganz viele da draußen, auch Christen, die sagen, Jesus hat vor seiner Geburt als Mensch nicht existiert, das ist halt, also es gibt viele, die sozusagen die Präexistenz Jesus Christi leugnen und dann auch mit solchen Bibelfersen hier versuchen, den rum zu hantieren, nein, das kann man nicht so auslegen, auf keinen Fall heißt es jetzt, dass Jesus das alles erschaffen hat, nein, 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 wie gesagt, da haben dann auch meistens dann Probleme jene mit Paulus oder generell mit Neuen Testament, einigen Aussagen, die ihnen nicht in den Kram passen, ja, so, also alles ist durch Jesus und für Jesus geschaffen, also der Vater tut das alles für seinen Sohn, machen wir auf Erden ja auch, wir selber versuchen unseren Kindern etwas Gutes mitzugeben, für sie arbeiten wir, für sie, damit sie irgendwann mal nach unseren menschlichen Maßstaben das alles erben, ja, was wir für unsere Kinder erwirtschaftet haben, damit die dann halt das alles für sich nutzen können, wenn man mal selber nicht mehr ist als Mensch zum Beispiel, das heißt nicht, dass Gott irgendwann mal nicht mehr sein wird, nein, das ist nicht, aber der Plan ist sozusagen der gleiche, das was wir menschlicherseits mit unseren Kindern machen, macht Gott auch mit seinen Kindern, ja, er teilt das Erbe aus und wir sollen ja auch alles miterben werden mit Jesus Christus, aber Jesus ist rechtlich gesehen der Erstgeborene und wir sind denn halt die anderen, seine Brüder, aber nicht der Erstgeborene, so Kolosse 1, jetzt gucken wir uns noch Hebräer 1 an, da wird es auch nochmal ziemlich deutlich, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, ihn hat er eingesetzt, haben wir das nicht eingesetzt, auch in Sprüche 8 gelesen, zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen, na gut, Welten ist vielleicht, glaube ich, hier nicht perfekt übersetzt, ich glaube, da ist ein anderes Wort dahinter, man würde eher sagen, die Weltzeiten geschaffen, aber Welten kann man theoretisch auch, aber eigentlich gibt es dafür ein anderes Wort, weil ich glaube, hinter dem Wort steht nicht Kosmos, ich gucke es mir jetzt auch nicht, ich gucke es jetzt auch nicht im Urtext nach, ich vermute mal, hier steht nicht Kosmos, aber ist nicht so schlimm, hier steht eher Ewigkeit dahinter, Eon, Zeitalter, Weltzeitalter, das kann man unterschiedlicherweise hier übersetzen, aber darum geht es ja nicht, geht es ja nur darum, dass durch ihn, also durch den Sohn, durch ihn, hat er geschaffen, und das leugnen natürlich Judentum-Anhänger und einige Christen auch, und jetzt kommen wir mal zu den Weisheiten, gucken wir mal was in Lukas, oh, ich bin noch ein K zu viel, Lukas Kapitel 11, Vers 49 geschrieben steht, das ist sozusagen zu Matthäus ein Parallelfers, da geht es inhaltlich um die gleiche Sache, und in Lukas lesen wir, darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen, Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen, und wenn wir uns jetzt den Parallelfers dazu angucken, in Matthäus, der etwas mehr ausführlicher redet, aber um die gleiche Sache, da könnt ihr euch vermisst, die ganze Kapitel zu durchlesen, heißt es jetzt hier, Siehe, darum sende ich Jesus zu euch, Propheten und Weise und Schriftgelehrten, etliche von ihm werden die Töteten und Kreuzigen, etliche werden in euren Synagogen geißen, und sie verfolgen von einer statt zur anderen, also Lukas kürzt das ein wenig ab, den Inhalt, der hier in Matthäus beschrieben wird, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, das ist in vielen Passagen im Neuen Testament, so dass der eine mehr berichtet über einen Detail als der andere, aber schaut doch mal, einmal bezieht Lukas es hier, darum hat die Weisheit Gottes gesprochen, und wer spricht hier? Hier spricht Jesus, Jesus spricht, Siehe, darum sende ich zu euch, Propheten, Weise und Schriftgelehrten, das geht deutlich aus dem Kontext hervor, und hier haben wir sozusagen einen Hinweis, der aufzeigt, dass wirklich man sagen kann, dass Jesus Christus die personifizierte Weisheit Gottes ist, die wir auch in Sprüche 8 vorfinden, wo auch über die Weisheit gesprochen wird. Ein klares Auslegungsindiz, das schon hier sehr viel zulässt, zu behaupten, vor allem auch, dass es in Sprüche 8 um Jesus geht. Hier haben wir auch nochmal ein Beispiel, wo man auch zu Recht über Jesus reden kann, in der Auslegung, erst die Kurzform in Lukas 7,35, und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Und in Matthäus 11,19, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Und hier kann man einen klaren Bezug darauf legen, dass es hier um Jesus Christus geht, der hier gerechtfertigt wird, aber hier mit der Weisheit in Verbindung gebracht wird. Ja, so bevor wir zu dem Bild kommen, schauen wir uns jetzt erstmal im Video noch den Rest an. Es war bei Gott, und das Wort war Gott. Und es war im Anfang, aber bei Gott. Wenn wir uns diese beiden Sachen anschauen, in, ach, ja, im Anfang, dann heißt es genau das, im, und. Ja, kann aber auch Amm heißen, weil für Amm gibt es kein Wort im Griechischen und deswegen ist es theoretisch möglich. Aber es ist ja auch gar kein Problem. Im Anfang war Jesus bei Gott. Nach seiner Geburt, ja, vor seiner Geburt als Geist kann man es nicht sagen, aber beides kann man ja trotzdem als Anfang betiteln. Es gab einen Zeitraum oder einen Zustand, wie man es nennen möchte, in dem war Jesus im Vater und es gab einen Zustand, einen Umstand in der Ewigkeit, da war Jesus geboren aus dem Vater. Und als er geboren wurde aus dem Vater, ist er natürlich bei Gott. Ja, als es so alles so losging, mit Schöpfung und so, war Jesus ja nicht im Vater, sondern da war er schon beim Vater. Das ist überhaupt gar kein Problem. Bei Gott heißt im Griechischen Prost. Das heißt tatsächlich bei Gott und nicht in Gott. Aber im Anfang. Ja, wie gesagt, das steht wirklich nicht in Gott. Aber wer sagt denn, dass hier der Bezug genommen wird auf die Zeit, wo Jesus noch nicht geboren wurde vom Vater? Ja, das zeigt es ja hier nicht an. Ja, in diesem Bereich, wenn wir darüber reden, was heißt im Anfang? Heißt im Anfang, in diesem Zustand Anfang, ist dies passiert, was jetzt hier berichtet wird in Johannes? Ja, gar kein Problem. Da gab es den Zustand, da war Jesus bei Gott und jetzt fängt er an zu erschaffen durch seinen Sohn Jesus Christus. Überhaupt gar kein Problem, aber hier irgendwelche Behauptungen aufzustellen. In Johannes, da steht das so, dass Jesus niemals im Vater war und das können wir jetzt hier klar und deutlich in diesem Vers hier lesen, in Vers 1, das ist Unfug, diese Dinge nach außen hin zu behaupten. Im Anfang war der Logos Prost und Theon, also bei dem Gott. Und dort steht eben nicht, dass im Anfang das Wort in Gott war, im Vater oder so, sondern es war bei ihm. Ja, steht da, aber hat ja nichts damit zu tun. Er versucht schon manipulativ, den Zuhörer darauf einzustimmen, sozusagen zu suggerieren, man kann das hier nicht anders auslegen, sondern hier steht es angeblich eindeutig, dass Jesus in der Ewigkeit immer zu jeder Zeit im Zustand der Ewigkeit neben dem Vater, beim Vater war, sodass es immer den Vater gab und den Sohn, ohne dass es da mal irgendwie, dass der Sohn sich woanders befand, sondern immer, da ist der Vater, daneben ist der Sohn. So ist das Glaubensbild von Apologetik. Es gibt auch viele Christen, die dieses Glaubensbild jetzt in dem Punkt zumindest aufvertreten, aber dementsprechend trotzdem nicht Apologetik in jedem seiner Erklärungen und Deutungen über Sohn und Vater später folgen. Also es ist jetzt nichts Untypisches. Kann ich sagen, der Apologetik denkt sich, es ist etwas Neues aus. Nein, er folgt einfach einer dieser Auslegungsmöglichkeiten, wenn es um die Frage geht, wie betrachten wir Sohn und Vater in dem Punkt, wo sich beide befinden, zueinander befinden und zwar ganz weit zurück, wo wir in Ewigkeit landen. So, jetzt schauen wir uns erst einmal noch die Stelle an, wo in Markus Kapitel 5, Vers 30 deutlich wird, dass zum Beispiel eine Kraft vom Herrn ausgegangen ist. Da beginnt hier das griechische Wort, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und jetzt kann man ja sagen, die kam aus ihm hervor, deswegen ja, über die Auslegung ist es völlig legitim zu sagen, wenn es heißt, dass irgendjemand von ihm, von jemandem ausgegangen ist oder ausgegangen war, dann kann er, kann er in ihm vorher gewesen sein, wie die Kraft in Jesus war, oder aber sie ist bei ihm, ja, und wird von, geht von ihm aus. Das ist beides möglich, aber Apologetik versucht es hier dogmatisch nach Aussehen zu sagen, nein, auf keinen Fall kann sich dieser Bibelfers darauf beziehen, dass Jesus im Vater irgendwann mal war und auch deswegen, weil es das nicht kann, es auch nicht so sein darf, ja, also er versucht hier zu manipulieren, indem er diese Dinge zwar sagt, es gibt Stellen, wo dieses Wort auch gebraucht wird, wo es aus jemandem hervorkommt, ja, aber, was will denn mein, aber auch mit Jesus, nein, das funktioniert nicht, nein, also mein Jesus kann nicht aus dem Vater herausgeboren worden sein, nein, sondern er war immer bei ihm und kam von ihm und ich sage, ja, Jesus war irgendwann durch oder wie man es denn beschreiben möchte, er wurde aus dem Vater in Ewigkeit herausgeboren, dann war er bei ihm und wurde von ihm auch gesendet oder ist auch dann von ihm ausgegangen, als er schon bei ihm war. Das sagt nichts aus, was davor war und das, was davor war, glaubt Apologetik nicht. Das ist auch nicht mein Problem, wenn Apologetik das nicht glaubt. Wenn er zum Beispiel von sich aus glaubt, dass der Sohn und der Vater in der Ewigkeit immer schon in einer Position waren, also sozusagen der Vater und daneben war Jesus und es gab nicht mal irgendwie so, dass Jesus woanders war, zum Beispiel im Vater oder gar nicht da war oder so, ja, dass er einfach das glaubt, dass der Zustand schon immer so war und ich sage darauf, ja, das ist eine Auslegungsansicht und wenn die jemand vertritt wie Apologetik absolut, dann sage ich, ja, kann man so sehen, ja, und du bist auch für mich ein Glaubensbruder, Bruder, wenn du es auch so vertrittst, diese Auslegung, weil was du da glaubst, kann man nicht widerlegen, es ist halt eine Auslegung, die der Text auch hergibt, es so sehen zu können, aber das, was ich glaube, ist auch eine legitime Auslegungsmöglichkeit, die der Text hergibt, nur hast du diese Sicht nicht da drauf und sagst, ich sehe das aber nicht so wie du, nur dass der eine zum Beispiel das Christentum abspricht und sagt, du bist kein Christ, weil du mein Modell nicht glaubst und ich persönlich sage, ja, Apologetik absolut ist in der Sache auch ein Christ, der hat halt nur hier in der Sache ein anderes Verständnis für sich angenommen, wie er die Bibelferse interpretiert, schließt aber andere aus mit auch legitimen Auslegungen und sagt, nein, das sind denn für mich keine Christen und das ist denn, wie gesagt, sektiererhaft, sektiererhaft und wie gesagt, für mich ist ja Apologetik absolut, ja, in diesem Punkt sektiererisch, wie er da vorgeht, aber das sind viele andere auch, auch da ist ja keine Ausnahme hier im Internet, auf YouTube. Man kann auch sehen, dass dieses Wort exercomai, ausgehen, auch für Worte gebraucht wird, tatsächlich aus den Menschen herausgehen. Dies ist aber nicht der Fall, wenn gesagt wird, dass jemand von jemandem ausgegangen sein soll. Ja, also er sagt, es geht nicht, es geht nicht. Nehmen wir mal an, jetzt ist mal hypothetisch gesprochen, er hätte damit Recht, ja, dass wenn der Wortlaut da ist, dass es heißt, da ist jemand von jemandem ausgegangen, ja, und jetzt nehmen wir mal an, in dem Bereich, er hätte Recht, dass dieser Wortlaut, dass das das nicht bedeutet, dass er vorher im Vater war, sagt es dennoch nichts aus, ob dieser Vers, der darüber berichtet, dass zum Beispiel Jesus in einer Zeit beim Vater war, auch im Anfang, dass es sich auf diesen Punkt bezieht, als er schon beim Vater war, sagt aber nichts darüber aus, ob es nicht davor einen Zustand schon mal gab, wo Jesus nicht außerhalb des Vaters war, sondern innerhalb des Vaters war. Aber er versucht, das hier so darzulegen, als ist das unmöglich, dass Jesus mal im Vater war, gebraucht dafür Bibelferse aus dem Neuen Testament, die nicht mal klar und deutlich belegen, um welchen Zustand oder Zeitraum überhaupt generell hier gesprochen wird. Ja, das sagte der Vers nicht auch, auch wenn er damit theoretisch recht haben könnte, sagt es immer noch nichts aus, was davor war. Für ihn gab es dann halt kein davor, aber die Bibel lässt das zu, dass ein anderer Zustandsbefinden durch den Sohn Gottes im Vater ja vorhanden sein kann. Das lässt ja allein schon Sprüche Kapitel 8 zu. Ja, also wie gesagt, das ist total manipulativ, den Zuhörer hier zu suggerieren, nein, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, aber nur weil der Vers aussagt, dass es nicht gehen könnte, ja, könnte, er muss ja nicht Rechte damit haben, aber er könnte damit Recht haben, heißt es ihm nicht, dass auch nicht vorher der Sohn im Vater sein könnte. Und da weiß ich für mich persönlich, das weiß ich für mich persönlich, jeder Mensch da draußen, ein Christ, ja, egal wer, welche Konfession, welche Richtung er sieht, wenn er dieses Video hier sieht, ja, und sich das Video von Apologetik dazu anschaut, und sich darüber eine Meinung bildet, da würde ich grob gesagt schätzen, wenn das wirklich Christen sind, die mit Apologetik nichts zu tun haben, was, ob das Baptisten sind oder Pfingstler oder was auch immer, mir ist das jetzt egal, da wird eh ein Großteil, mindestens 50 Prozent, würde ich es mal ansetzen, würden sagen, als Beispiel, ja, das, was der Nature da sagt, macht auch Sinn, ja, man kann es nicht widerlegen, ja, oder sogar, ja, das macht in meinem Augenblick sogar mehr Sinn, als was der Apologetik meint, wie man diese Dinge zu verstehen hat, nur mit dem Unterschied, wenn ein Baptist oder ein Brüdergemeindler oder ein Adventist oder ein Mennonit jetzt zu diesen Erkenntnissen für sich selber kommt, dass er sagt, denn Nature hat Recht, obwohl jene in vielen anderen Punkten mit mir nicht übereinstimmen, sage ich trotzdem ihnen jetzt, ja, das sind auch Christen, ja, auch wenn die mir in der Sache hier zustimmen und das auch so sehen wie ich, heißt es aber noch für mich nicht, dass wir alle eins sind, aber für Apologetik absolut, wenn er das mitbekommt, dass jetzt 50% von irgendwelchen christlichen Konfessionen von denjenigen, die die Videos geschaut haben, jetzt sagen, doch, ich sehe das schon eher, dass ich mich eher zu Nature in diesem Punkt, in dem Thema einordnen würde, da würde es heißen, für Apologetik absolut, das sind dann halt alles keine Christen, ja, das sind, wenn die das nicht glauben, was Apologetik sagt, dann sind das halt keine Christen, da sind die in die Irre gegangen, ihre Lehre und hier und da, ne, so dieser Meinungs-Auslegungs-Faschismus, den er hier Apologetik vertritt. Und dazu wollen wir uns jetzt eine Reihe von Bibelfersen anschauen, die das belegen. Ja, die belegen an sich nur, dass man es so sehen kann, aber die belegen nichts daran, dass man es überhaupt hier gar nicht so anwenden kann, in Bezug aus, dass irgendwann mal der Sohn im Vater war. Aber das versucht er, wie gesagt, nach außen hin zu manipulieren, dem Zuschauer so zu sagen, es geht nicht und jetzt kommen die Beweise. Denn Stelle beweist ein synonymer Parallelismus sehr schön, dass Ausgehen und Gesandtsein synonym zu verstehen sind, hier im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Vers 42. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater werde, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Hier haben wir 9. Evangelium, Kapitel 16, Vers 28. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Ja, würde man jetzt, wenn er jetzt in Christus so liest, würde er jetzt, wenn es um die Fragestellung geht, was soll das jetzt aussagen, könnte man an sich darüber reden, vom Vater ausgegangen, könnte heißen, entweder wirklich aus dem Vater hervorgekommen, das ist theoretisch möglich, oder aber er war beim Vater, zum Beispiel, dass er neben ihm steht, neben ihm sitzt und von dort aus ist er ausgegangen in die Welt. Beide Auslegungen wären total zulässig. Ja. Nicht in den Vater. Ja, das steht nicht, also man kann nicht behaupten, das mache ich auch nicht. Ich sage nicht, dass hier in Vers 28 eindeutig steht, dass hier gemeint ist, dass hier Jesus im Vater war und aus ihm hervorgekommen ist. Ja, behaupte ich auch gar nicht. Dafür brauche ich so eine Bibelferse nicht, da beziehe ich mich eher auf Sprüche Kapitel 8. Hier ist eher ein Indiz, was diese Auslegung stützt, aber es beweist nicht, dass diese Auslegung richtig ist. Und auch Apologetik kann mit diesem Bibelferse hier nicht kommen und seine Auslegung beweisen, sondern er hatte nur eine Auslegung aus diesem Vers, die seine Auslegung stützt, aber einen Beweis kann man das nicht nennen, weil es mehrdeutig ist, über was hier geredet wird. Als ob er aus ihm herausgeboren wäre und dann in ihn wieder hineingeboren, also zurückkehren würde. Damit auch wieder sehr manipulativ, er versucht hier so eine Unlogik den Zuschauer zu vermitteln, dass wenn man denn hier glauben würde, dass es heißt, ich bin sozusagen vom Vater geboren worden, er ja dann, wenn es heißt, wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater, das dann heißt, gehe zum Vater, er geht dann wieder in den Vater hinein. Und das ist, dass er versucht, den er hier unternimmt, so eine Taktik, er versucht, den Zürich etwas zu vermitteln, eine Idee, die eigentlich keinen Sinn ergibt, diese Behauptung. Dass jetzt jemand sagen würde, er geht dann natürlich zurück in den Vater hinein. Ja, und das ist wie gesagt, totaler Blödsinn, dass man das jetzt erstmal speziell darauf Schluss folgern würde. Es ist total legitim, auch zu sagen, Jesus ist irgendwann mal auch in diesem Vers, 28a, er ist aus dem Vater hervorgekommen, um da zu bleiben, um dann auf die Erde zu kommen und dann wieder die Erde zu verlassen, wieder zu seinem Vater zu gehen und einfach wieder beim Vater zu sein, bei ihm, aber nicht wieder zurück im Vater zu gehen. Ihr spürt selbst, also zumindest die Neutralen, sich dieses Video angucken, das ist doch manipulativ, wenn er suggeriert dem Zuhörer, dass er jetzt auch annehmen müsste, dass er zurück zum Vater geht und wieder in ihn hineingeht. Ja, und deswegen dieses Konzept von er kam niemals aus dem Vater, das kann nicht sein, so müsste er ja wieder hier in den Vater hineingehen. Total manipulativ, wie er hier vorgeht. Aber für die leichtfertigen, ich sag mal, Apologetik-Anhänger, ja, die werden denen eh alles glauben, was sie erzählen. Aber mir geht es ja auch um die kritischen Leute da draußen, die offen sind, die alles studieren, alles prüfen, ja, und nicht einfach nur jemanden, oh, toll finden, oh, der hat so schöne Konzepte und was der zum Teil glaubt, glaube ich auch. Und deswegen sag ich einfach zu allem Ja und Amen. Also wie Nicodemus vielleicht den Herrn Jesus gefragt hat, ja, kann ein Mensch, wenn er dann alt geworden ist, ein Mann wieder in den Schoß seiner Mutter zurückkehren? Ein absurder Gedanke. Dieser antithetische Parallelismus hier in Johannes 16, Vers 28 zeigt eindeutig, dass vom Vater ausgehen bedeutet vom Vater. Nichts steht da eindeutig. Nichts. Und selbst dieser Vers, wenn es so wäre, wie du sagst, dass der Vers auch das nur meint, obwohl es nicht eindeutig ist, heißt es nicht, dass nicht auch Jesus aus dem Vater geboren wurde und dieser Vers sich gar nicht auf diese Zeit hier bezieht, als er geboren wurde aus dem Vater. zu kommen, weil er hier sagt, ich werde auch wieder zu ihm zurückgehen. Ich komme in die Welt, ich verlasse die Welt. Ich bin vom Vater ausgesandt, ich gehe zurück zum Vater. Jetzt schauen wir uns noch zum Schluss weitere Bibelstellen an, drei an der Zahl, um zu zeigen, dass von jemandem ausgehen nicht bedeuten kann, dass man aus ihm herausgeboren wurde und vorher in ihm drinnen war. Hier ist der Johannesbrief, Kapitel 2. Wir gucken uns da nur eine Stelle an, wir müssen uns das ja nicht alles angucken. Warum? Weil ich hier zustimme, was er behauptet. Er behauptet ja, was zulässig wäre. Achtung, wenn ihr Christen hört, die behaupten, dass es heißt, von uns ausgegangen oder aus dem Vater ausgegangen, bedeutet nur, dass er vorher im Vater war und aus dem Vater rauskam, dann hat er vollkommen recht, wenn er sagt, das darf man so allein nicht auslegen. Aber was er hier macht, er versucht, Bibelferse zu bringen, dass er deutet, nur so kann man es sehen. Wie jetzt hier in Johannes, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie haben auch das gleiche griechische Wort im Urtext und hier wird ja ziemlich deutlich gemacht dem Leser, dass es klar ist, dass wenn jemand irgendwo ausgeht, heißt es nur lange nicht, dass er vorher in ihm war. Hier könnte man natürlich über die Gemeinde sprechen. In der Gemeinde befand sich jener, Gott ist ja an sich ja auch eine Gemeinschaft, könnte man es denn letztendlich bezeichnen. Ja, aber es ist ein großer Unterschied, ob wir es mit Gott hier vergleichen oder mit einer Gemeinde, die aus vielen Gliedern besteht. Ja, die Gemeinschaft meiner Körperglieder, aus der kann auch was ausgehen. So kann ich auch sprechen, aber ich bin trotzdem nur eine Person. Aber dennoch hat er recht, wenn er sagt, von uns ausgegangen, heißt nicht unbedingt, dass es vorher in einem selber drin war. Aber das andere lässt es sich trotzdem offen. Hat er selbst schon angemerkt, mit anderen Beispielen, die Kraft ging aus von Jesus. Und da ging auch nicht die Kraft aus tausend Menschen hervor, Nein. Das braucht nur ein Beispiel. Also ich sage, das ist völlig klar, man kann es nicht behaupten, dass es bedeutet, dass es vorher in einem gewesen sein muss, aber man kann es behaupten und als Auslegung ist es auch total zulässig. hier spricht er über Antichristen. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Ja, nicht in uns, sondern raus, bei uns geblieben. Und das letzte stelle auch noch aus dem 1. Kapitel 4, Vers 1. Geniebe glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele fransche Propheten in die Welt ausgegangen. Also ausgehen heißt einfach einen Ort oder eine Gemeinschaft, mitten derer man sich befand, zu verlassen und von dort aus hinzugehen. Und der Sohn, der Logos, war Roston Theon, also bei Gott, bei dem Gott und ist von ihm ausgesandt und von ihm ausgegangen. Er ist in die Welt gekommen und wieder aus der Welt gegangen. Er hat die Welt verlassen und ist wieder zum Vater zurückgekehrt. Also vom Vater auszugehen oder ausgegangen zu sein, bedeutet nicht, dass der Herr Jesus irgendwie in der Ewigkeit im Vater war und später erst aus ihm heraus geboren wurde, deswegen von ihm ausgegangen wäre. Ich muss jetzt nur so lachen, nicht wegen seiner Worte, sondern die Musik, der denn einspielt. So dieses, seht ihr, der Siegeszug, diese Auslegung ist alleine richtig und jetzt haben wir das klar widerlegt, dass es niemals so sein kann, wie es andere behaupten. Total wieder manipulativ mit der Musik im Hintergrund. Ich habe jetzt hier einen abgeschnitten, weil das muss man sich ja nicht geben. Aber merkt, wie manipulativ das Video aufgebaut ist. Guckt euch das Original ruhig an. Schaut, wie da manipuliert wird in die Köpfe der Menschen, die sich es angucken. Aber das ist, jetzt hat es schon seinen Effekt nicht mehr, wenn ich so ein Video darüber mache, dass die Menschen es dann an sich doch wieder sehr neutraler sehen. Jetzt schauen wir uns noch ein letztes Bild an. Hier, auch für den Zuschauer, für den Laien, ist mal ein bisschen begreiflich zu machen. Mein Glaubensbild, wie meins aussieht, in dieser Sache und ich weiß, dass Apologetik das nicht widerlegen kann. Er kann es nicht. Er kann nicht sagen, das, was du da sagst, dafür gibt es keine Ansätze in der Bibel. Das geht nicht. Er kann nur über Auslegungsfaschismus sagen, nein, diese Bibelferse, die du da nennst, Sprüche Kapitel 8, hat auf gar keinen Fall was mit Jesus zu tun. Das kann er sagen, kann er behaupten, aber das heißt ja nicht, dass er recht hat. Also, wir haben den Bereich hier, wenn wir jetzt die Schlachter 2000 nehmen, zu Sprüche 8, wo es heißt, vor dem Anfang, die Ewigkeit, gab es einen Zustand. Und da sage ich, Jesus war im Vater, in einem gewissen Zeitpunkt, der hier ganz, ganz weit zurückliegt. Ja, und zwar in der Ewigkeit, vor dem Anfang, so würde ich es mal betiteln, weder Schlachter 2000 gebraucht, auch dieses Wort. So, was ist dann passiert? Jesus wurde in die Ewigkeit geboren, aus dem Vater, aus sich selbst. Ja, so, dann beginnt der Anfang bei Gott, dass jetzt Jesus, das Wort bei, also neben ihm ist, nicht mehr in ihm ist, also immer noch, auch in ihm heißt, er ist ja schon da, aber jetzt ist er bei Gott, also neben dem Vater, so wie das, das was Apolytik glaubt, das hier, dieses Bild sagt er, das ist für mich der Anfang der Zeit, das was davor ist, das gab es bei mir nicht. Das glaube ich nicht, das gab es, sondern es fing so an, am Anfang war Jesus bei Gott, ja, also er ist schon da, mit dem Vater, Sohn und Vater sind einfach da, ohne eine Vorgeschichte, ja, und dann geht es los. Und ich sage, nein, dieses war davor, Jesus war im Vater, Jesus wurde geboren vom Vater, ja, und dann beginnt der Anfang, und zwar Anfang bei Gott, Jesus ist bei Gott, und die Schöpfung der Welt beginnt. Das heißt, jetzt fängt Jesus an, also Gott, durch seinen Sohn Jesus, fängt an, den Himmel zu erschaffen, die Erde zu erschaffen, die Engel zu erschaffen, und so weiter, und so fort, was wir dann halt alles noch im Schöpfungsbericht vor uns finden. Ich weiß ganz genau, ich weiß, dass Apolytik das nicht widerlegen kann. Das Einzige, was er sagen kann, ist, ich glaube das nicht, was der Nature oder andere Christen glauben in diesem Bezug, das kann er von sich aus behaupten, aber er kann keine Beweise vorbringen. Was er auch in diesem Video versucht hat, als Beweis vorzubringen, sind keine Beweise. Ja, das ist im besten Fall Auslegungsfaschismus. Also möge sich jeder Zuschauer sein eigenes Bild über diese Dinge machen. Ist eh ein komplexes Thema, einfach mal die ganzen Stellen angucken, die auch eingeblendet wurden von meiner Seite aus, und dann selber zu Rückschlüssen kommen. Und wenn es da draußen Christen gibt, die zum Beispiel sagen, mich hat das nicht überzeugt, Nature, mit der Sache dort, mit Sprüche 8, ja, und ich glaube vielleicht auch was ganz anderes, als was Apolytik glaubt, ja, in dieser Sache. Wenn es die Bibel nicht zu weit verlässt, und die Auslegung es zulässt, was der Christ dort glaubt in der Sache, ist es trotzdem für mich ein Glaubensbruder. Das ist nämlich der Unterschied zwischen mir und Apolytik, zum Beispiel, in dieser Sache. Dann bis zum nächsten Mal. Gottes Segen, wenn wir uns dann wieder, vielleicht wieder mal irgendwann ein Video von Apolytik zuwenden werden. Shalom. Shalom.